Hallo Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge Left 4 Dead 2 mit mir, der Mitch und dem Dan. Ich habe gerade gesagt, wir sollen nicht so reden. Nein, das hast du nicht gesagt. Hör die Schnauze. Okay. Ja, ist okay. So, ich würde sagen, wir machen an. An? Also, ja, wir machen jetzt an. Ja, komm, mach mich an, los. Okay. Deine Augen passen perfekt zu meiner Bettwäsche. Das ist der Schlechteste von allen. Wenn schon, hey, ich bin einsam, du bist einsam, darf ich dich einsam? Nein, stopp. Das ist viel besser. Das ist viel besser als der Bettwäsche-Spruch, da kannst du nichts gegen sagen. Das ist so sad, einfach. Das ist hier das Rotlichtviertel irgendwie, sieht so aus. Passt ja, deshalb laufen hier auch so viele Nutten rum. Das ist Q-Zin-Moi. Ich meine nicht dich, tut mir leid. Was willst du damit sagen, dass ich keine Nutte bin? Okay. Du bist ja die Groten. Biep. Sag, warum zündest du das Haus an? This girl is on fire. Bei mir ist da gar kein Feuer, ich bin grad etwas schockiert. Bei dir ist kein Feuer. Nein. Irgendwie voll der Back. I don't know. Ist da auch mal Feuer? Nein, ist nicht mehr. Wieso war da kein Feuer bei mir? Wo war's das denn hier ein? Tatooicht. Kannst du Tattoos machen? Du hast auch schon ein Tattoo an deinem Arm. Ja, ich weiß. Oh, hallo. Ich glaub, die wollen grad ein Tattoo haben. Na, du? Brandmumition, ne Explosion. Kriegst du ein neues Tattoo? Oh, hallo. Oh je. Sprengladung war an sich genommen. Ist das irgendwo ein Boomer? Nein, das ist ein Hunter. Ist das trotzdem irgendwo ein Boomer? I hear him. Good job. Von hier kommen wir. Oder? Ja, wo ist die hier lang? Hier. Hier ist irgendwas drin. Ach da. Ja, ich sagte das ein Boomer. Uns bitte. Uns bitte. Irgendwo dahin. Der Nick natürlich mal wieder umgebracht hat, weil er so unglaublich so skillig ist. Ja, es gibt das Wort skillig, das hab ich jetzt grad übererlegt. Skillog. Wir müssen eigentlich lang. Keine Ahnung, aber hier ist ne Kiste und ne Pipebomb und alles. Und Mollys, Pipebombs. Gibt's hier noch so? Ich guck mich immer gerne um. Und ne AK. Hier ist ne AK. Nimm die AK mit. Es ist so unglaublich... Ah, cool. Es verregt mich immer so oft, wenn man eine explosive Munition hat und die zombies verschwinden einfach, wenn man auf die schießt. Ja. Das ist ein Tank. Wo? Unter mir. Kommt der da hin? Warte, ich hab Molly. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Unter dem Couch. Oh, that worked perfectly. Das Feuer wird bei mich angezeigt. I don't know. Irgendwie ein kurzer, kleiner Bug. Also ich seh den Traum. So wie dein. Penis! Was? Mein Penis ist kein Bug. Ich wüsste es wohl, wenn mein Penis okay war. Nein, aber kurz und klein. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich meine auch. Ist okay. Deiner ist so klein, der geht schon ins Innere. Ich könnte da jetzt irgendwelche Fakten auspacken, aber ich lasse es einfach sein. Welche denn? Es ist eine Vagina im Prinzip, eigentlich nur ein Penis, der sich nicht weiterentwickelt hat. Weil man zu Mädchen wurde. Na, siehste? Genauso wie Nippel. Männer haben nur Mittel. Mittel. Weil, weil das sind Brüsse, die sich nicht weiterentwickelt haben, weil es Jungs sind. Aber manche Männer haben größer Töten als Frauen. Ja, das stimmt. Aber die können damit dann nichts anfangen. Ja, theoretisch könnten die... Das laufe ich gerade so langsam, I mean. Ich hab doch noch voll viel Leben, oder nicht? Also, aufgesehen davon, dass das erogene Zonen sind, also von daher war dann... Ne, 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 das stimmt nicht. Das hier ist eine Lüge. Ne, das stimmt schon. Steht in Fanfictions. Real talk mit Mitch. Hey. Ich hätte dich an... Willst du nicht so eine Sendung machen, irgendwie? So wie doktoral wissend, dann erklärst du was über Nippel und Penisse und... Ne, let's not. Aber das passt zu dir. Ach so, danke. Oh, Bumi. Ach, hier ist die Schiet. Genau. Die meinte gerade, ist this your suitcase, Nick? Hier ist einfach ein Koffer mit voll viel Geld und fünf Pistolen. Worauf legst du die? Wie haben die hier geschlafen? Ich mein... Hallo? Sherry? Hallo? Hallo? Kann man hier nach oben? Hä? Hä? Ja, der Müß noch da nach oben. Ich weiß nicht, ich hab nur Waffe. Oh. Da stand ein Smoker neben mir. Wie die mal husten, als hätten die... Weiß nicht was. Ach, 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 ach. Ach. Das ist natürlich sehr effektiv gerade, was wir da runtergegangen sind. Ja, wir müssen auch lang. Wir müssen hier lang. Ja, hier rüber. Ich doch. Äh, oh, das war fast, das war knapp. Da ist Adrenalin und ein Molly. Was ist denn da noch so? Da muss doch irgendwas sein. Was ist denn noch? Ich geh mal hier runter. Ich geh mich ja auch nicht mit Löchern. Äh, äh, äh. Was? Mhm. Na, der. Weil ich schieße einfach voll viel drauf auf den und der stirbt nicht. Ich hab Angst, die runter zu bringen. Der stirbt nicht. Ach. Schaffst du schon. Du bist schon ein großes Mädchen. Oh, hallo, Hunter. Weißt du? Die töten einfach alle. Das ist ein Special-Effekt. Ich glaub nicht, dass er so hoch singt. Äh, die, dass er so hoch singt. Ja, doch, die singt das hoch. Die Material rappt dann die ganze Zeit. Ja, aber nicht so. Das war viel zu hoch. Das hatte schon den Ohren weh. Ich hab's so. Soll ich so bei The Voice of Germany vorsehen? Ja. Genau, macht das so. Aber es macht das Teletubbies-Lied, oder so. Teletubbies, Tixi. Tixi, la la, le tinky-winky, Tixi, la la, po. Frauenklo, du gehst da hin, das ist dein Klo. Und das ist mein Klo. Ist da ein Behindertenzeichen dran, warum ist es dein Klo? Bitte was? Warte, mir ist so schlecht, ich muss gerade überbrechen. Äh, help, I need somebody. Warum hab ich denn nicht geschützt? Help, not just anybody. Oh, hier ist ne Witch. Warte, warte, warte. Oh. Ich steh einfach genau drin. Ja, jetzt steht so, bam. Tot. Das ist nicht tot. Das ist nicht tot. Das ist nicht möglich. Beim letzten Mal hat das auch so geknappt. Jetzt geht's. Das ist nicht tot. Okay, okay. Follow the walk away. Hey, Monsha, guck mich an, mein tolles Kleidchen. Ich kann wirklich hin. Du guckst dir sowas gerne an. Ja, Fashion Show und so. Ja klar. Was ist hier drinnen? Oh, du heilst mich. Dankeschön Nick, danke. Danke mein Nick. Was ist hier drinnen? Du machst auch jedem, oder damit er dich heilt. Das stimmt ja nicht. Ich bin nicht die Kronenbitch oder so. Nein, 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 nein. Oh, das war grad Harry Styles mit seinem Bandana. Ja. Ja. Oder Sarasa und Daisy. Oh ja, ich liebe die AK. Kalaschnikopf ist meine beste Freundin. Oh, komm mal durch. Splitter. 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 Wo bleibt ihr? Ja, ich musste kurz darauf warten, dass das Bit weggeht. Äh. Achso. Äh, ich glaub nicht, dass es hier lang geht. Hier runter. Zu mir. Ja, ich bin grad auf Versehen in die falsche Öffnung rein. Haha. Äh. 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 Ich will da aber nicht alleine runter. Da sind so viele... Wenn ich komme. ...Piecher. Und Jockey. Den mag ich nicht. Okay, Ladies first, ne? Achso, ich bin die Frau Kacke. Das sieht voll cool aus hier. Oh, da ist wieder so einer, so ein Militärtypi. Der Sache fallen lässt. Stimmt doch. Ich will die, ich will den... Da. Achso, ich hab das noch. Nehm ich die Pillen mit. Und den Molly. Wo, wo bist du hin? Oh mein Gott. Wie hast du das so schnell gefunden? Ich bin halt... Oh, wieso hab ich die komische Animation noch? Ich hab grad voll die Coach Partikel-Effekte, weißt du? Oh, hier ist ein Midi-Pack übrigens. Voll komisch. I don't know. Jetzt haben sie jetzt bestimmt Coach. Der Coach. Der Coach. Der Coach. Oh, da muss man was aktivieren, gleich kommt Zombies. Das ist doch voll die Überraschung. Oh, ich hab's aus Versehen aktiviert. Hm, aus Versehen, ist klar. Dammit. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt springen so voll. Immer weiter, immer weiter, hieß es. Immer weiter, immer weiter. Oh, oh. Da kann jemand... Da kann jemand... Da kann jemand... Da kann jemand Michelle gerufen. Ja. Rochelle. Oh, das ist der Schutzraum, das ist der Schutzraum. Da, jen, jen, oh. Ladies first. Hier ist ein Ladder. Ich war gerade in dir, Dan. Alter, Hunger. Das war super. Ich öffne ihn, let's go. Hey, let's try this one. Oh, ja, 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 ja. Hm, 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 hm. Ja, renne meine Schusslinie, ist klar, mein Kind. Warte mal, warte mal. Renne meine Schusslinie. Ach Gott. Hm. Okay. Nein, ich will mich nicht heilen. Ich will die Pillen nehmen, bitte. Danke. Und Rocky. Ich hab ja noch mein Katana. Katane. Katane Meme. Oh Gott. Katana ist voll, wenn man irgendwo durchrushen will. Hier. Ich hab ja noch Pillen. Äh, ja, Fail, ne? Boomerball here. Boomerball here. Okay. Hallo, Splitter. Ja, du? Hallo, Boomer. Ja, Coach, du bist auch im Spast, ey. Nur ruck, weil du da reinläufst. Oh Gott. Ja, der ist schlau. Hm, okay. Weiß halt, wie's geht. Safe room. Ich find keinen. Wo ist der denn? Hinter dir. Und da? Nein. Da ist keiner. Hä, wo ist der Safe Room? Ich find den nicht. Willst du mich verarschen? Ja. Der Typ war einfach zu langsam. Ich hab nur gewartet. Ja, okay. Boah, war ich schlecht. Du bist einfach die Beste. Oh Gott, ich war so schlecht. Aber hey, tank schlechter war ich voll gut, okay? Bisschen weniger als du. Total müde, ey. Das sind doch immer erst grad mal 13 Uhr, hallo? Ich bin grad erst aufgestanden. Okay. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Feuerwehrschlangen. Sind wir schon fertig, echt? Klar, sind wir schon fertig. Oh Mann. Oh, schade, ne? Mhm. Ah, wir können ja immer weiter aufnehmen. Wir haben ja die Freiheit. Ist ja Wochenende. Mhm. Mhm. Ich muss noch Mathe rein schreiben mit Klausur. Ah. Dann wünscht ihr alle mal viel Glück. Schreibt in die Kommentare. Hashtag Mitch schafft das. Yay. Yay. Oder Mitch viel Glück. Oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Denkt euch was Schönes aus. Ja, denkt euch so irgendwas Schönes aus halt. Genau. Gut. Und dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das wieder heißt, ich steck mein Katana in Mitch Arsch. Is that for? What was that for? I know, man, I know. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, man riecht sich. Ja, und dann all right out. Tschüss. 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 Tschüss.